Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Hörspiel wieder eingeschaltet habt. Heute ist Samstag, das heißt, ihr hört heute nichts Neues, sondern die gesamten Anrufe aus der vergangenen Woche nur eben zusammengefasst als Hörspiel. Das Hörspiel eignet sich wunderbar zum Nebenbei anhören, beim Zocken, zum Einschlafen, beim Sport, da wo ihr gerade Anwendung für findet. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung mit unserem Hörspiel Kakerlakenparty. Mit dem, was dein Handy aufgemacht hat. Den Herrn innen haben wir hier nicht. Wir sind jetzt nicht zu verarschen, mein Lieber. Wenn es zu verarschen ist, wir können in einem anderen Platz verarschen. Ja? Wen wollen Sie denn jetzt sprechen eigentlich? Wir können irgendwo, wo Sie wollen uns verarschen, aber jetzt gerade hier miteinander, durch Telefon, also... Wen möchten Sie denn eigentlich sprechen? Ich weiß ja gar nicht, worum... Ihnen! Was verstehen Sie nicht Ihnen? Ja, wer ist denn Ihnen? Ich weiß nicht, was Sie von mir möchten. Wen möchten Sie denn jetzt genau sprechen? Den Herrn Müller. Den Herrn Müller. Den Herrn Müller haben wir hier nicht. Tut mir leid. Sind Sie falsch. Wenn Sie sie dann, wieso gehen Sie dran in ein Handy, wo Ihnen nichts gehört? Ist doch mein Handy. Wo Sie nichts zu tun haben. Hä? Ist doch meine Telefonnummer. Was möchten Sie denn von mir? Sie rufen bei mir an und... Ihre Telefonnummer wurde hier angemeldet durch den Namen Martin Müller. Nee, das... Ja, weiß ich nicht, wer Martin Müller ist, aber da haben Sie auf jeden Fall den Pfeilchen erreicht. Da haben Sie bestimmt einen Zahlendreher in der Telefonnummer. Wer ist... Wer ist am Apparat? Ja, nicht der Martin Müller. Sie sind dann wohlfällig falsch. Ja, das gibt Sie doch nichts ansehen. Können Sie denn Ihren Namen ruhig sagen? Das ist kein Problem. Ja, aber ich werde doch nicht fremden Leuten meinen Namen verraten, wenn Sie gar nicht hierher möchten. Da hat sich doch das Gespräch eigentlich schon erledigt. Ich merke, dass Sie eine schlechte Erfahrung haben. Richtig? Ja, was denn für eine Erfahrung? Ich weiß ja nicht mal, wer Sie sind. Ich merke es. Wieso sagen Sie es nicht? Vielleicht kann ich Ihnen durchhelfen. Ja, wie gesagt, denn Martin Müller gibt es hier nicht. Da sind Sie falsch. Müssen Sie denn nochmal gucken, ob Sie vielleicht einen Zahlendreher in der Nummer haben? Wir haben kein Alter. Wir haben kein Alter hier zum Faschen. Oder sind Sie ein Neukind? Ich weiß nicht, was Sie möchten. Also Sie sind hier definitiv falsch. Ich bin nicht falsch. Ich bin 100% richtig. Nee. Guck mal, ich verschwinde die Zeit seit zwei Minuten mit Ihnen, ob Sie sind oder nicht. Jetzt, die zwei Minuten jetzt gerade, wird nirgendwo anders verbrennen. Und nicht hier. Ich verstehe nicht, Herr Martin Müller. Da sind Sie falsch. Okay, es ist kein Problem. Trotzdem, ich wollte Ihnen Informationen mitteilen über Online-Trading, damit Sie in Ihrer, sage ich mal, Kopferraum haben. Ja, ich möchte keine weiteren Informationen von Ihnen. Haben Sie eine Erfahrung damit gehabt? Was denn für Erfahrungen? Ich habe Ihnen gesagt, ich möchte nicht mit Ihnen telefonieren. Dann, ich möchte mit Ihnen telefonieren. Ja, aber... Ich merke, dass Sie sind ein netter Mann. Ein guter Mann. Ja, und? Aber ich möchte trotzdem kein Angebot von Ihnen haben. Aber trotzdem, ich möchte Ihnen ein paar Angebote vorstellen. Nee, das erlaube ich Ihnen nicht. Von der Finan-Krise und nicht erlaubt. Bitte? Ja, das ist Kaltakrise und nicht erlaubt. Ich möchte von Ihnen keine Werbung. Okay. Trotzdem, Sie werden von mir ein paar Informationen erhalten. Das ist keine Werbung. Das sind Informationen. Und dann am Ende, Sie können entscheiden, ob Sie mit der richtigen Plattform mitteiligen wollten, ob Sie da mit uns investieren, ob Sie da mit uns arbeiten, eine vernünftige Arbeit ausfüllen. Ja, können Sie sich doch sparen. Ich möchte mit Ihnen nichts zu tun haben. Ja, aber ich möchte mit Ihnen nichts zu tun haben. Sie können doch nicht einfach bei Leuten anrufen, gar nicht wissen, wer da dran geht. Nein, das heißt, ich möchte mit Ihnen was haben, da Sie Interesse gezeigt haben. Das habe ich Ihnen ja bereits gesagt. Ich bin nicht der Herr Martin Müller, den Sie suchen. Sie haben eine Anmeldung mit dem Namen von Paister Zuschlagen. Was? Richtig. Der Herr Zuschlagen, das finde ich richtig. Aber wie kommen Sie denn auf Herrn Martin Müller? Ich habe den Namen verwechselt mit meinem Kollegen, der Ihnen dann gerufen hat, vor ein paar Tagen. Richtig? Also, ich bin nicht falsch. Aber ich möchte mit Ihnen nichts zu tun haben. Also nachdem Sie sprechen, jetzt ja, nö. Sie haben trotzdem einen Grund gefunden, dass Sie mit mir nichts zu tun haben möchten. Ich möchte nicht. Sehen Sie, Sie sind so alt, sage ich mal, ich schätze mal, gegen 50, richtig oder 60. Ja, auch falsch. Aber ich möchte, wie gesagt, mit Ihnen nichts weiter zu tun. Schauen Sie mal, Sie sind knapp 50 Jahre. Ja. Das stimmt ja nicht. Und ich habe nur Beispiele eingegeben. Das sind seit knapp 50 Jahren beispielsweise. Und Sie, Sie machen wie ein Kind, Sie machen wie, ich verstehe das Ganze nicht. Tut mir leid, aber ich verstehe das Ganze nicht. Ja, ich verstehe. Aber trotzdem, ich bin, ich bin hier nur ein Agent, dass Sie Informationen weiterleiten über unsere Plattformen. Und Sie werden, nachdem Sie das Konto aktivieren möchten, ja, Sie werden einen Finanzexperten dafür haben, der für Sie 24 Stunden für Sie da ist, ja. Aber ich werde bei Ihnen nichts aktivieren. Bei mir nicht. Bei mir, Sie brauchen nichts aktivieren. Bei uns Plattformen. Aber geben Sie mir eine Minute Zeit, dass ich Ihnen Ihre Meinung wechseln kann. Mindestens für unsere Plattformen. Nee, ich habe kein Interesse an Ihrer Plattform. Und für das, was Sie gehört haben, hin und her, zurück und hinten, vorne, ich weiß nicht, wo Sie gehört haben. Das ist mir echt scheißegal, zu wissen, ob Sie da Betrüger meinen, ob Sie da keine Ahnung, was Sie gerade meinen. Keine Ahnung, was Sie eigentlich jetzt genau meinen. Nein, nein. Sie verstehen mich ganz gut. Nee, eigentlich nicht. Doch. Nee, ich weiß nicht, was Sie von mir wollen. Stimmt das, dass Sie eine schlechte Erfahrung gelebt haben? Nee. Richtig. Nee. Doch? Nee. Schauen Sie mal, wir sind seit sieben Minuten in dem Apparat. Ja und? Und da möchte ich Ihnen gerne die Meinung wechseln. Das schaffen Sie aber nicht. Ich schaffe das nicht. Ich beweise das. Wir sind hier, um es Ihnen zu schaffen. Wir sind hier, um Ihnen was zu zeigen. Warum? Um Ihr Leben zu lernen. Weil Sie sind fokussiert, Arbeit, Zuhause, Zuhause, Arbeit. Das ist wie eine Routine geworden. Nö. Ja. Und Sie kennen gar nichts über das andere Welt, sag ich mal. Was denn für eine andere Welt? Ich kenne nur eine Welt. Das ist eine Geldwelt. Aha, Geldwelt. Ist ja interessant. Genau. Das ist sehr interessant. Geld ist aber interessant. Wie der amerikanische Pass ist Geld heute zur Zeit. Aber das ist doch nicht seriös, was Sie da am Telefon veranstalten. Bitte? Nochmal? Ich sagte, das ist doch nicht seriös, was Sie da gerade veranstalten. Genau. Das ist so, wie Sie es gerade gemeint haben, weil Sie nicht den Namen gesagt haben vorher. Ja, aber das geht Sie doch auch nicht. Und da war ich ein bisschen böse, sag ich mal. Weil ich bin hier seit 8 Uhr morgens und ich höre nur Blütsinn von dem Kunden. Ja, dann suchen Sie sich doch einen anderen Job, wenn Ihr Job nicht Spaß macht. Mein Job macht nicht Spaß. Nein, mein Job ist alles in Ordnung. Weil ich zufrieden bin mit dem Lohn. Aber Sie, Sie, vielleicht Sie kriegen eine Rente von 900 Euro und Sie machen nichts mit dem 900 Euro, sag ich mal. Nur einfach ein normales Leben. Essen, trinken, Toilette gehen. Richtig? Was? So, können Sie denn Ihre Rente aufmachen und in eine Google-Webseite gehen und mindestens meine Lichente zu verstellen kann? Nee. Dass ich Ihnen... Bitte? Habe ich kein Interesse dran. Soll ich Ihnen mit dem Finanzexperte weiterleiten? Das können Sie vielleicht mal machen, genau. Ja? Mhm. Hallo? Ja? Guten Tag. Heidi Baden-Apparat. Ich bin die Finanzexpertin bei der Firma iX Trade. So, was kann ich für Sie tun, bitte? Ich würde gerne mal wissen, warum Sie Kaltakquise machen. Entschuldigung? Ich würde gerne mal wissen, warum Sie Kaltakquise machen. Also, weil Sie selber eine Anmeldung hinterlassen haben. Sie haben... Kaltakquise nicht erlaubt. Also, Sie haben bei der Anmeldung bestätigt, dass Sie Anrufe von uns möchten. Okay? Es gibt ein Gesetzbedingungen dort und Sie haben das abgehakt. Und dort steht, dass Sie haben unsere Anrufe akzeptiert. Nee, also, in den AGBs steht sowas nicht drin. Das ist nicht erlaubt in Deutschland. Bitte, das ist kein Werbunggespräch. Okay? Das ist Hilfe, das wir anbitten. Weil Sie selber Interesse gezeigt haben. Und ich brauche nichts zu vorstellen, weil Sie alles in der Werbung geschaut haben. Deswegen ist es erlaubt, Ihnen zu telefonieren. Sie haben bei der Werbung alles selber geschaut. Das ist keine Werbung. Doch, das ist ja Werbung. Das, was Sie hier machen, nicht erlaubt. Nein. Nein, Herr. Nein, Sie sollen das verstehen. Dass die Werbung haben Sie in Social Media geschaut. Also in Facebook oder Google. Ich weiß es nicht, wo Sie die Werbung geschaut haben. Bitte. Dann haben Sie Ihre Daten eingegeben. Nee. Und wo habe ich Ihre Nummer gefunden? Ich habe den Publikum gekauft, denke ich mal. Nein, auf jeden Fall nicht. Auf jeden Fall nicht. Sie haben das selber getan. Doch. So funktioniert es bei uns. Ich weiß es nicht, ob Sie bewusst sind, dass Sie Anmeldungen machen oder nicht. Das ist nicht, was Sie da machen. Nein, ist nicht. Weil das ist Hilfe, das ist keine Werbung. Ja, aber wenn es um Geld geht, dann ist es Werbung. Dann ist es keine Hilfe mehr. Das ist Hilfe um etwas, wo Sie selber Interesse gezeigt haben. Die Werbung haben Sie also in Google gesehen, nicht hier im Telefon. Aber ich will ja gar keine Hilfe von Ihnen. Und warum haben Sie bitte die Anmeldung gemacht? Warum haben Sie die Daten eingegeben? Es steht ja nicht drin, dass Sie sich anrufen. Das steht da nirgends. Es steht. Es steht in den Geschäftsbedingungen, dass Sie anrufen bekommen werden. Nee, das ist verboten. In den AGBs darf man sowas nicht verstecken. Das ist laut deutschem Datenschutzgesetz verboten. Ganz offiziell. Okay, Sie haben alles falsch verstanden, Herr. Also bestätigen Sie das. Sie sollen uns auch verstehen, dass das ist keine Werbung. Das ist kein Werbunggespräch. Das spielt aber keine Rolle. Sie dürfen trotzdem nicht einfach anrufen. Die Werbunggespräche sind in Deutschland verboten. Nicht, also Beratung, Dienstleistung. Und Sie telefonieren nach Deutschland. Dann müssen Sie sich auch nach deutschem Gesetz halten. Genau, aber das ist kein Werbunggespräch. Das ist Dienstleistung. Tja, aber es ist doch Werbung. Es ist doch Werbung. Sie wollen von mir Geld. Also es ist Werbung. Also wie reden Sie mit Ihrem Finanzberater, mit Ihrem Bankberater? Per Handy? Ja, gar nicht. Der ruft gar nicht an. Der meldet sich überhaupt nicht. Weil Sie vielleicht kein großes Geld in Ihrem Konto haben. Aber normalerweise, mein Kunde rede mit dem Finanzberater, mit dem Bankberater per Handy. Aber dann ruft doch der Kunde selber an. Das möchte der Kunde. Aber das möchte ich von Ihnen nicht. Habe ich Ihrem Kollegen doch jetzt, glaube ich, zehn Minuten lang erklärt. Dass ich das gar nicht will, was Sie da machen. Wenn Sie wollen, dann können wir auch per E-Mail reden, wenn das per Handy verboten ist. Ich will überhaupt nichts von Ihnen. Das sagen Sie bitte von Anfang an. Ja, habe ich doch. Sagen Sie, ich habe kein Interesse. Ja, habe ich doch von Anfang an gesagt. Von der ersten Sekunde an. Nein, Sie haben mich gefragt, warum wir anrufen, weil das verboten ist. Na ja, weil Ihr Kollege ja weiter diskutiert hat. Ich habe Ihrem Kollegen gleich als allererstes gesagt, dass ich den Scheiß nicht will. In Ordnung, Herr. Ein Kunde mehr oder weniger ist mir wirklich egal. Das nennt man ja bei Ihnen nicht Kunden, sondern Betrugsopfer. Ja. Das ist nur, weil Sie selber die Scheiße getreift haben. Und ich möchte Ihnen nicht überzeugen, weil das mache ich. Aber Sie sind ja kriminell. Warum machen Sie so einen kriminellen Job? Ich denke auch, dass Sie kriminell sind. Das ist meine Meinung. Ja, und warum betrügen Sie die Leute? Was Sie wollen sagen. Entschuldigung? Warum betrügen Sie denn die Leute? Und wer hat gesagt, bitte, wo haben Sie diese Information gekriegt? Na, Ihr Kollege hat gesagt, dass Sie die Leute um Ihr Geld bescheißen. Hat Ihr Kollege gesagt? Nein, auf jeden Fall nicht. Doch. Vielleicht haben Sie Schwierigkeiten, unsere Wörter zu verstehen. Aber warum betrügen Sie denn die Leute um Ihr Geld? Das mache ich nicht. Und ich weiß es nicht, wo Sie diese Information gekriegt haben. Von Ihrem Kollegen. Und sagen Sie mir bitte, in welcher Webseite Sie das gefunden haben, damit ich das auflernen kann. Ihr Kollege hat gesagt, dass Sie die Leute bescheißen wollen. Mein Kollege hat das nicht gesagt. Doch. Auf jeden Fall nicht. Nein. Na klar. Doch. Was hat er gesagt? Na, er hat gesagt, Sie wollen von den Leuten die Kohle nur bekommen, um die dann zu behalten. Das passiert nachher nicht. Das hat er nicht gesagt. Doch, das hat er bestätigt. Ich habe es ihm ja so gesagt. Und er hat gesagt, ja, das stimmt. Nein, er hat gesagt, dass das ist eine Möglichkeit, Geld zu machen. Nein. Das hat er nicht gesagt. Dass wir Geld klauen. Doch. Herr, bitte sehr. Verarschen Sie uns nicht. Na, aber Sie verarschen doch die Leute. Sie sind doch die Betrügerin. Die Anrufe sind aufgezeichnet. Ja, genau. Und ich kann das auf jeden Fall bestätigen, was er gesagt hat. Richtig. Aber Sie sind doch eine Kriminelle. Okay, das ist Ihre Meinung. Und warum betrügen Sie die Leute? Wenn Sie so... Schämen Sie sich nicht? Das mache ich nicht, aber Sie können über mich sagen, was Sie wollen. Okay, das ist mich ja gar nicht. Aber schämen Sie sich nicht? Schönen Tag noch her. Schämen Sie sich nicht, dass Sie arme Menschen betrügen? Hm? Ist doch nicht in Ordnung, sowas. Den Menschen einfach das Geld zu klauen. Na, aber ich weiß das doch. Woher? Ja, von Ihnen. Von mir. Sie benennen sich wie eine Kriminelle. Echt? Ja. Ich bin doch sehr süß. Warum bin ich ein Kriminell? Na, Sie sind nicht seriös. Echt? Ja. Oh, schade. Und warum betrügen Sie die Menschen? Finden Sie das in Ordnung? Warum klauen Sie den Leuten ihr Geld? Was halten Sie davon, wenn wir mal bei Ihnen das Geld klauen? Und warum soll ich antworten? Wer sind Sie bitte? Das sage ich Ihnen nicht. Also Stadtpolizei? Vielleicht. Und ich habe eine Fangschaltung auf eurer Leitung. Okay, gut. Danke, Herr. Ja. Und auf jeden Fall sind Sie Betrüger. Okay, das ist Ihre Meinung. Und ich denke, dass Sie auch Betrüger sind. Ich weiß, dass Sie Betrüger sind. Tschüss, Herr. Ja, Betrüger. Okay, danke. Kriminelle. Ja. Okay. Ich bin aber sehr süß. Ja, und Sie sind eine Kriminelle. Nein. Vielleicht süße Kriminelle, oder? Nee, Sie sind ja eine Kriminelle. Haben Sie eine Frau, Herr? Nee, ich habe einen Mann. Sie haben einen Mann? Ja. Okay, gut. Ja. Und haben Sie eine Frau? Nein, ohne. Ja, ich habe eine Frau. Oh, das ist aber schlecht. Warum denn? Warum? Ja. Warum? Hm. Aber Sie haben nichts zu tun heute? Nee, gerade nicht. Gerade wüsste ich mir einen Schreibtisch nebenbei ab. Okay. Ich habe aber viel zu tun. Und wie viele Leute habt ihr heute schon so beschissen? Warum möchtest du das wissen? Warum möchtest du das wissen? Für die Statistik. Brauchen Sie Geld her von mir, oder? Nee, für die Statistik ist das. Wie viele Leute habt ihr denn heute schon beschissen? Ganz ehrlich, bitte. Brauchen Sie Geld von uns? Nee, wie viele Leute hast du denn heute schon beschissen? Warum möchtest du das wissen? Na, für die Statistik habe ich doch schon gesagt. Wie viele Leute hast du denn heute schon beschissen? Sie sind der Erste. Ich bin heute der Erste, den du bescheißt. Genau. Ah, also gerade erst angefangen. Na, dein Kollege arbeitet ja schon seit 8 Uhr und betrügt die Leute heute, hat er ja erzählt. Ja, aber Sie sind der Erste. Wir hatten kein Glück heute. Und wie viel hat dein Kollege heute schon beschissen? Ich habe schon gesagt, Sie sind der Erste. Wir hatten kein Glück heute. Und gestern? Sie sind der Erste, der den Anruf angenommen hat. Ach, das ist sehr interessant. Wir hatten kein Glück heute. Ja? Ja. Sehr gut. Okay, gut. Umso weniger Leute ihr Bescheid. Finden Sie bitte was zu tun. Bitte. Finden Sie was zu tun. Ich mach doch nebenbei meinen Schreibtisch sauber und telefoniere ein bisschen mit dir. Guck mal, finden Sie bitte was zu tun. Ich lege auf. Tschüss. Warum denn das? Wir können uns doch noch ein bisschen unterhalten. Weil ich keine Zeit habe. Warum denn das nicht? Mit Betrüger zu reden. Ja, aber ihr seid doch selber Betrüger. Und? Ich habe aber was zu tun. Sie haben nicht. Ja, aber wenigstens hast du es jetzt bestätigt. Tschüss. Ich wüsste dich aber nicht. Das ist nur ihre Meinung. Ja, aber wir hören uns bestimmt nochmal. Ich gucke deine Augen, Herr Tschüss. Ja, bis dann meine Bitte. Ja. Ja, wunderschönen guten Tag. Ja, Marie Vieri hier am Apparat. Ich heiße Sebastian Brümpeler, ja? Ja. Wunderbar. Herr Brümpeler, ich meinte mich wegen der Hallneskontaktivierung. Ja. Sie sind gerade ja online wegen der Bitcoin-System, ja? Ja. Und wie gesagt, ich bin jetzt da Ihnen zu helfen, Ihnen ein bisschen zu erklären die Vorgehensweise, okay? Ja. Wunderbar. Zuerst sagen Sie mir nur bitte, wie alt sind Sie denn? Hä? Wie alt sind Sie, Herr Sebastian? Wie alt sind Sie denn? Ja, 33. Aha. Und Sie müssen nur älter als 18 Jahre alt sein, ja? Ja, ist so. Okay, tiptop. Äh, Sie machen das wahrscheinlich das erste Mal, oder haben Sie schon Erfahrung? Hm. Sie haben schon Erfahrung. Aha. Okay, wunderbar. Äh, sagen Sie mir bitte, Ihre E-Mail-Adresse ist sebastian.brümpeler als, äh, gmx.net, ja? Hm. Okay, ich habe Ihnen eine, äh, Mail gesendet für die Handelskontaktivierung, aber hier bei mir steht, dass die E-Mail-Adresse nicht korrekt ist. Aha. Also, okay, äh, ich wiederhole nochmal, sebastian, b, also, s, e, b, a, s, t, i, a, n, punkt, b, r, u, m, m, p, u, l, l, a, gmx.net. Ja. Bei mir steht, dass die E-Mail-Adresse nicht korrekt ist. Kann es sein, vielleicht, wo liegt ein Fehler. Okay, nichtsdestotrotz, sagen Sie mir bitte, was benutzen Sie gerade, PC, Laptop oder Smartphone? Hä? Was benutzen Sie gerade, PC, Laptop oder Smartphone? Habe ich alles da. Okay, können Sie auf Google gehen? Ja. Ich werde Ihnen jetzt etwas buchstabieren, okay? Hm. Darf ich anfangen, oder? Hm. Also, ein E wie Emil. Ja. C wie Cäsar. Ja. O wie Otto. Hm. N wie Nordpol. Hm. Dann nochmal ein O wie Otto. Hm. Ein M wie Martha. Hm. Ein I wie Ingo. Hm. Ein C wie Cäsar. Hm. Ein S wie Siegfried. Jetzt kommt eine Zahlenkombination, 1, 0, 1. Hm. Dann kommt H wie Hannah. Hm. Wie Ute. Und B wie Beate. Hm. Dann machen Sie einen Punkt. Dann machen Sie Cäsar-Otto-Mata. Hm. Also, Punkt-Com. Aha. Okay. Sagen Sie mal bitte, sehen Sie jetzt die Startseite von Economics 101 Hub? Nee, die Google-Sucher gibt nicht so. Ah, okay. Wunderbar. Dann wählen Sie da das Fenster für die Startseite. Aha. Sehen Sie da die Startseite? Ist sie auf Deutsch oder auf Englisch? Äh. Lädt noch. Okay. Was sind Sie denn vom Rufen? Ich frage noch. Rufen Sie nicht. Okay. So, jetzt ist geladet. Okay. Äh. Was sehen Sie auf der Startseite? Text. Okay. Ist das auf Deutsch oder auf Englisch? Englisch. Okay. Da oben rechts können Sie auf Deutsch umstellen. Wenn Sie bitte nach unten scrollen, haben Sie bei Bundles drei Startpakete. Welches Paket würde für Sie interessant sein? Also, wenn ich auf Deutsch klicke, dann bleibt das auf Englisch. Ja, das ist nur das. Aber so, wenn Sie weiter dann gehen, wird das alles auf Deutsch sein. Also, unten haben Sie die Startpakete. Und welches Paket würde für Sie interessant? Ist das alles Englisch? Scrollen Sie bitte nach unten, dann werden Sie sehen bei den Paketen, dass das alles auf Deutsch ist. Nee, hier ist das nicht auf Deutsch. Scrollen Sie bitte nach unten. Ja, ich bin ja schon ganz unten. Sie müssen bei den Paketen sein. Ja, ist nicht Deutsch. Ja, unter Pakete steht alles auf Deutsch. Nee. Ja, E-Book. Sehen Sie da die Pakete, die drei verschiedenen Pakete? Die ganze Webseite ist noch auf Englisch. Okay. Wenn Sie irgendwo klicken, dann wird das auf Deutsch. Also, keine Sorge. Also, ich habe die Seite vor mir. Ja, ich auch. Okay. Dann scrollen Sie ein bisschen nach unten. Sind Sie in der englischen Sprache bewandert? Nee. Okay. Das ist auch nicht schlimm, weil, wie gesagt, alle Später wird in Deutschland. Der Broker ist aus Deutschland, wie gesagt. Welches Paket wird für Sie interessant sein? Würde für Sie interessant sein? Ja, grundsätzlich erstmal ein deutsches. Wie meinen Sie das, Josef? Ja, die Webseite, die lässt sich nicht auf Deutsch stellen. Mein guter, wir haben, wir sind ein europäisches Unternehmen. Also, wir haben Kunden uns ganz, äh, aus der ganzen EU-Zone. Also, wenn Sie unten bei der Pakete sind, die Pakete sind auf Deutsch. Wenn Sie das auf Deutsch umstellen. Ja, aber es steht ja immer noch alles auf Englisch. Also, da ist alles Englisch, nix Deutsch. Mein guter, bei der Pakete, sehen Sie da die drei Startpakete? Ja. Okay, was steht unter den Paketen? Zum Beispiel, was steht unter dem mittleren Niveau? Was steht unter dem? Unter was? Unter mittleren Niveau. Wenn Sie da bei den Zahlen sind für die Pakete. Ja, das ist ja alles auf Englisch. Ja, was steht unter dem? Ja, unter was? Unter zum Beispiel einem Pakete, was steht? Na, Novize, Inferidmiedeite und Elite. Elite, Elite Paket. Genau, mittleres Niveau und Novize. Novize Paket, also das ist für Anfänger kurz. Ja, und wann kriegen wir das hier mal auf Deutsch? Was steht unter dem? Steht da, Essential Trading Kurs, E-Books, Lektionen, eine Stunde Lehrzeit, steht da alles. E-Books, Kryptowährung Kalender, Wirtschaftskalender, 59 Lektionen, zwei Stunden Leinzeit, steht da alles. Ich glaube, das ist auf Deutsch. Steht nicht auf Deutsch. Okay, mein guter, äh, klicken Sie unter eines der Pakete unter By Bundle und dann wird das alles unter Deutsch sein. Ne, ist Englisch. Mein guter, wenn Sie eines unter dem, eines unter der Pakete klicken, steht, äh, in Orange By Bundle, klicken Sie, wählen Sie ein Paket aus und dann klicken Sie unter dem. Das ist alles Englisch. Okay, nochmal, nochmal, ganz langsam, nochmal, ganz, ganz langsam. Mein guter, was steht unter einem der Pakete, auf Deutsch oder auf Englisch? Das ist alles auf Englisch. Alles auf Englisch. Okay, und, äh, ist das ein Problem für Sie, oder? Ja. 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 Okay, eine Sekunde, ich übergebe Sie gerade zu meinem Kollegen. Er ist ein bisschen bewandrter als ich, okay? Aha. Hallo, schönen guten Tag, ich grüße Sie. Ja. Wie geht's Ihnen heute, alles gut, alles im grünen Bereich? Sie wollten mir doch jetzt hier bei der Seite helfen, oder nicht? Jawohl, jawohl, ich bin von der Finanzabteilung Sebastian, ist das richtig? Weiß ich nicht, ob das richtig ist, dass wir Finanzabteilungen sind. Ich kann an die Technikabteilung, die ich nicht gehe. Ist die Finanzabteilung, so, sagen Sie mir, was sehen Sie auf dem Bildschirm? Text. Nichts. Nichts. Auf dem Bildschirm nichts. Text. Text. Hm. Okay, können Sie mir das vorlesen, was da steht, wo Sie klicken können und so weiter? Hä? Okay, Sie wollten eine einmalige Einzahlung mal tätigen. Mit was können Sie das tun? Was ist das, Kreditkarte, Online-Banking? Ja, erstmal hätte ich ja gar nicht einmal eine deutsche Seite. Wo sehen Sie denn dann? Im Büro. Im Büro. Ich bin auch in dem Büro. Okay. Sagen Sie mir, sind Sie ernst? Wollen Sie das machen oder nichts? Hä? Ihre Webseite geht nicht. Okay. Ich habe meine Möglichkeit, da auf den Link zu drücken, um auf die Webseite zu landen, ja? Um was? Auf die Webseite zu landen. Sagen Sie mir, wo sind Sie genau jetzt? Was sehen Sie? Vorsicht. Mein Telefon. Okay. Was sehen Sie auf dem Telefon? Ihre Nummer. Hallo? Okay. Ja, ich höre Sie. Ich würde Sie noch einmal fragen. Sebastian, bist du mit mir? Kannst du das machen oder nichts? So generell, willst du das machen oder nichts? Ich hätte jetzt hier gerne mal eine deutsche Seite. Okay, bleib mal kurz auf der Leitung, ja? So, hallo, meine schönen guten Tag. Hier, Brumpel, Latina Schmidt aus der Economics Hub. Ich glaube, die Männer kommen mir nicht klar mit der Technik. Deswegen, ich bin aus der technischen Abteilung. So, sagen Sie mir mal bitte, womit wollten Sie die Zahlung tätigen, ersten? Mit einer deutschen Seite. Haben Sie eine Visa oder Masterkarte? Der erste Mal hätte ich ja gerne vielleicht hier eine deutsche Seite. Das ist auch eine deutsche Seite. Nur, dass wir halt Kunden aus der ganzen Welt haben. Deswegen ist es natürlich erst mal auf Englisch. Sind Sie mit einem Handy oder mit einem Computer online? Beides. Okay. Was benutzen Sie im Moment? Die Seite. Mit einem Computer oder Handy? Habe ich auf dem Computer. Mit Computer. Okay. Gehen Sie mal ganz nach oben, bitte. Ja. Genau, da sehen Sie den Mann mit schwarz-weißem Bild vor einem Bildschirm, oder? Ja. Genau. Sehen Sie über diesen Bild, sehen Sie auch bei Bundle, Schülerloggin und dann ist da auch eine englische Flagge, oder? Das ist eine deutsche. Eine deutsche Flagge. Okay, und wenn Sie mal die Seite aktualisieren, klicken Sie mal auf die deutsche Flagge und dann öffnet sich da noch Englisch dazu. Klicken Sie erst mal auf Englisch, auf englische Flagge und dann nochmal auf Deutsch, auf die deutsche Flagge. Einmal mal die Seite, weil ich... Trotzdem auf Englisch. Jetzt ist es auf Englisch bei Ihnen, oder? Die englische Flagge. Ja, es bleibt ja englisch. Egal, ob ich da auf Deutsch oder auf Englisch drücke. Mhm. Okay. Ja, kann sein. Und wenn Sie das mit dem Handy machen, weil bei mir ändert sich. Bei mir nicht. Hier steht nichts auf... Wenn Sie mal drunter sehen, unter dem Bild sehen Sie Or-Produkte, oder? Dann sehen Sie Learn with Art, oder? Ich kann ja die Sprache nicht. Okay, das heißt, lernen Sie mit uns. Okay, dann drunter. Dann sehen Sie Bundles, oder? Ja. Was steht denn da, Novice? Mittleres Niveau, Elite. Ist das Englisch oder Deutsch? Technisches Trading-Kurs, strategisches Trading-Kurs, E-Books? Englisch. Das ist auf Deutsch. Also da steht tägliche Marktforschung, tägliche Marktnachrichten. Verstehen Sie nicht? Wenn Sie, das ist nur ein Paket zum Auswahl. Wenn Sie auf ByBundle anklicken, dann werden Sie weitergeleitet und da steht nicht Nehmen und so weiter. Da steht Vorname, Nachname, alles auf Deutsch wird Ihnen angezeigt. Weil wir sind nämlich sowieso für die Kunden aus Deutschland zuständig. Verstehen Sie das? Nö. Kann sein, dass die Seite ein bisschen bei Ihnen im Moment spinnt. Das tut mir leid, das kann ich nicht ändern. Aber wie, vertrauen Sie mir, wie versprochen, wenn Sie auf ByBundle angeklickt haben, dann werden Sie weitergeleitet zu der Seite, auf welche Sie Ihr Handelskonto, persönlichen Handelskonto stellen. Und das wird alles auf Deutsch gehen. Sie möchten ja erstmal, ich vermute, den Mindestsatz einzahlen, oder? Wie einzahlen? Nochmal? Ja, ich hätte dann erstmal die Seite auf Deutsch. Die Seite ist auf Deutsch. Also wenn ich bei mir, auf meinem PC, jetzt habe ich die Seite aufgemacht. Wenn ich da auf Englisch gehe, dann geht es auf Englisch. Wenn ich auf Deutsch-Auflage bin, dann ist es natürlich auf Deutsch. Ich weiß gar nicht, warum sich das bei Ihnen nicht ändert. Bei mir ist es anders. Das ist auch egal, in welchem Browser. Verstehen Sie, aber das ist ja sowieso, das ist eine Webseite, okay? Was? Darf ich Ihnen was erklären? Das ist eine Webseite, ja? Egal, ob das auf Deutsch oder Englisch steht, Sie werden sowieso das Gleiche anklicken. Ja, bei Bantle heißt, kaufen Sie, einkaufen. Ja? Das heißt, Sie werden den Paket kaufen. Ich weiß das leider nicht. Bei mir ändert sich die Sprache. Bei Ihnen, aber auf Ihrem PC irgendwie nicht. Bei allen Kunden schon. Vielleicht hängt das bei Ihnen etwas. Wie gesagt, da kann ich Ihnen nicht helfen. Ich kann Ihnen nur sagen, wenn Sie Englisch nicht können, bei Bantle heißt kaufen. Und Sie möchten den Mindestsatz einzahlen, das Gute haben mit dem Mindestsatz aufladen. Wenn Sie auf bei Bantle, auf jetzt kaufen, anklicken, dann werden Sie weitergeleitet auf die Seite, die nur Deutsch ist. Da steht in, ich lese Ihnen, da steht Kasse, besitzt du bereits ein Kundenkonto, Rechnungsdetails, Vorname, Nachname, Landabonnage. Nichts auf Englisch, sondern nur auf Deutsch. Verstehen Sie? Das ist nur ein einziger Klick, der Sie da teilt. Deswegen, also wir arbeiten hier, wir kennen uns aus, deswegen sind Sie auch da. Also, wenn Sie das wirklich machen möchten, dass Sie unsere Schritte auch verfolgen, bitte. Weil wir sind da, um Ihnen zu helfen. Hören Sie mir nicht zu. Also, wenn Sie auf bei Bantle angeklickt haben, dann werden Sie zur Seite weitergeleitet, dann wird alles auf Deutsch bei Ihnen stehen. Nichts auf Englisch. Verstehen Sie mich? Nee. Ja, entweder Sie verstehen mich nicht, wirklich, oder Sie möchten mich nicht verstehen. Weil, wie gesagt, wenn Sie auf bei Bantle, weil Sie sehen das alles, Sie sehen das ganz alles, wie ich es auch sehe. Weil ich habe das jetzt in meinem PC auch oft gemacht, die Seite. Aber ich melde mich doch nicht irgendwo an, wo ich nicht mal lesen kann. Was verstehe ich? Sie werden sich nicht anmelden. Sie haben sich bereits dafür angemeldet und registriert. Sie wurden zu uns weitergeleitet. Das Einzige, was Sie jetzt machen, ist das Handelskonto aktivieren. Verstehen Sie? Und nachdem Sie auf bei Bantle angeklickt haben, was Einkaufen kurz übersetzt bedeutet, dann werden Sie zu Ihrer Formularseite weitergeleitet, die nur auf Deutsch ist. Kein einziges englisches Wort ist dabei. Die wird nur auf Deutsch sein und da werden Sie Ihr Handelskonto erstellen. Verstehen Sie? Sie melden sich jetzt nicht so an. Das haben Sie ja schon gemacht, ohne uns. Aber jetzt ist nächster Schritt, dass Sie das Handelskonto aktivieren. Verstehen Sie? Wir sind ein deutsches Unternehmen, also Sie haben sich auf eine weltweit erfolgreiche Plattform registriert. Die deutsche Sprache ist keine Weltsprache. Englisch ist die Weltsprache und deswegen für unsere Kunden aus ganzer Welt ist die Seite auf Englisch. Ich kann nichts dafür, weil Sie nicht in der Schule zugehört haben, als Sie Englischunterricht hatten, oder? Ist das doof oder was? Nee, ich sag's Ihnen nur, weil Sie sich beleidigt fühlen, weil die Seite nicht auf Deutsch ist. Äh, englische Sprache ist die Weltsprache. Wie gesagt, Sie werden das Handelskonto offen. Müssen Sie auch eine deutsche Webseite zur Verfügung stellen. Natürlich ist es auch auf Deutsch, aber bei Ihnen spürt Ihr Computer. Ja, dann machen Sie das so, was Sie da erzählen. Bei mir ist es auf Deutsch, wenn ich auf Deutsch einstelle. Wenn ich auf Englisch die Flagge anklicke, dann ist es auf Englisch. Sobald ich auf Deutsch wieder anklicke, dann ist alles, alles... Doch, bei Ihnen bleibt es, bei mir bleibt es aber nicht. Dann habe ich wieder nichts damit zu tun, weil Ihr Computer vielleicht sind. Und, denken Sie, was Sie möchten. Wie gesagt, wir sind auch bei Bafin-Bundestandstatt und Finanzsektur auf sich registriert. Sie können denken, was Sie möchten. Ja, also alle anderen Kunden machen das so... Einfach nur eine wertlose, kriminelle Bande mehr nicht abschauben. Ja, Brumpula, denken Sie, was Sie möchten. Sie können denken, was Sie möchten. Alle anderen Kunden, nur, 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 weil Sie so dumm sind, um einen Klick zu... Und den Leuten das Geld klauen. Ja, Brumpula, nur weil Sie so dumm sind, kann ich nichts dafür. Ja, Sie sind zum... Sie sind sehr dumm und können kein PC benutzen. Ja, alle anderen Kunden schaffen das. Ja, Sie sind einfach nur sehr kakerlake. Und Sie sind sehr, sehr, sehr dumm. Tschüss. Und Sie sind eine kakerlake. Ja. Hallo, guten Tag. Sprechen Sie jetzt, Titi Schwengel? Ja. Sehr schön. Ich bin Lukas Fischer vom G-Front Assets. Sie haben vor kurzem bei uns einen Account gemacht. Stimmt das? Wo denn? Ähm, auf G-Frontassets.com. Kann sein, ja. Kann sein, klingt gut. Okay. Äh, hier, Titi Schwengel. Zuerst würde ich verlaufen, ob Sie irgendwelche Fragen an mich haben. Nee. Erstmal nicht. Sie wissen, was Sie anbieten, oder? Nee. Okay. Wir, äh, wir bieten einen voll-automatisierten Handelsroboter. Oh, schön. So, ob der Finanzmarkt handeln kann. Mhm. Haben Sie irgendwelche Erfahrungen an Finanzmarkt? Nee. Und Sie? Ja. Ich hab schon ein bisschen, ja. Okay. Aber meine Aufgabe ist nur, die Account zu aktivieren. Danach werden Sie mit einem persönlichen Finanzberater bekommen. Die, äh, die kann für Sie auch einen Finanzplan erstellen. Ja, laut Ihren Wunsch. Oh, ja. Genau, wie klingt das für Sie? Weiß ich nicht, was soll ich da machen? Normalerweise, die Roboter zu starten, braucht man eine einmalige Investition von 250 Euro. So, unsere Testphase, unsere Testphase ist eine Woche lang, das heißt, Sie können die Roboter eine Woche so testen lassen, wenn Sie mit den Ergebnissen zufrieden sind, dann können Sie entscheiden, ob Sie das weitermachen möchten oder das Geld auszahlen lassen, je nachdem. Ja. Und dann, wie möchten Sie dann vorgehen, wenn ich fragen darf? Wie muss man denn da vorgehen? Ja, bitte? Wie muss man denn da vorgehen? Ja, wie gesagt, wir können heute die Roboter starten. Ja. Wir haben auch schon eine E-Mail gesendet, die, äh, die Nullkunden, die in der ersten Stunde die Account aktiviert haben, kriegen auch noch 50 Euro Startguthaben dazu. Das heißt, wir können noch mit 300 Euro anfangen heute. Gibt's da auch mehr? Wie bitte? Mehr Bonus. Mehr Bonus gibt's leider nicht. Oh, das ist mir dann zu wenig. Aber, okay, zu, wir wissen, dass, wir können nicht einfach so Geld schenken. Das ist normalerweise nur für unsere Neukunden, wie gesagt, in der ersten Stunde die 50 Euro Willkommensgeschenk. Aber die Roboter können für sie auch sehr gute Profite machen. Deshalb, ich glaube, wenn sie die Roboter so ein bisschen ausprobieren. Ja, aber das ist zu wenig Bonus. Die anderen geben ja 100 und so. Welch andere? Jeder weiß für sich selber. Unsere Plattform bietet nur 50 Euro. Oh, also, bei Ihnen ist das geizig sozusagen. Wie bitte? Bei Ihnen sind wir denn geizig. Na, geizig sind wir nicht. Wie gesagt, wir, wir bieten einfach nur für unsere Handels, Handelsroboter, die für sie auf dem Markt handeln können und auch profitieren. Das ist, was wir anbieten. Nicht einfach so, wir können einfach nicht so Geld schenken, so 100, 200 und so weiter und so fort. Das ist, weiß nicht, wer, wer bietet überhaupt sowas? Ganz viele. Ganz viele? Ja. Haben Sie auch woanders gehandelt? Nee, aber, da waren dann nur komische Leute dran an der Leitung. Aber die haben gesagt, da kriegt man 200 und 300 und 500 Prozent Bonus. Hm, wann? Aber heute oder haben Sie früher woanders angemeldet? Nee, ich habe mich heute mal überall angemeldet, um zu gucken, was da so passiert. Hm, aber, okay, weil wir sind die offizielle Anbieter von diesen Roboter. Weiß nicht, was, 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 wo haben Sie sich registriert und welche Fälle Sie überschreiten haben? Da gibt es ja so viele Webseiten, wissen Sie, da kann man auf so viele Webseiten gucken. Ja, es gibt viel, das stimmt. Aber die, wie gesagt, wir sind die offizielle Anbieter von den Handelsroboter. Ja. Nur bei uns kann man die, diese automatische Software nutzen. Achso, die anderen haben sowas nicht. Das normalerweise nicht. Achso. Wie gesagt, wir sind die offizielle. Die anderen weiß nicht, was die anderen anbieten. Wir bieten die Roboter und dazu auch persönliche Finanzberater. Das ist, was wir anbieten. Achso. Und den bekommt man dann nach Hause, der kommt dann und trinkt einen Kaffee in der Küche? Ja. Es macht ja echt Spaß hier, die Schwingel. Aber Sie wissen, dass der Berater macht alles telefonisch. Achso, das kann ich ja nicht wissen. Ich kenne das ja nicht, weil bei meiner Bank da kommt immer noch einer nach Hause und dann machen die so Beratungen mit mir. Mit Ihnen nach Hause? Ja, bei mir zu Hause. Hm. Sehr, sehr. Das klingt echt interessant. Bei welcher Bank sind Sie? Sparkasse. Sparkasse. Okay, wir haben so viele Finanzberater, die Sparkasse, dass die Kunden zu jeder Kunde nach Hause gehen. Die kommen dann immer, ja, und dann kriegt man dann eine Beratung. Und was bekommen Sie von diesem Berater? Was hat er für Sie gemacht? Na, meine Versicherung macht die. Achso, die Versicherung, ja. Aber wir bitten keine Versicherung, ich hätte den Schwingel. Achso. Wir bitten ganz. Also ist bei Ihnen alles unversichert dann. Wie bitte? Bei Ihnen ist dann alles unversichert. Nein, wir sind keine Versicherungsfirma. Achso. Versichert ist das nicht. Wie gesagt, wir haben sieben Tage Geld-Zurück-Garantie. Ja. Die Roboter-Test-Phase. Also doch eine Versicherung. Ja, dann sagen wir, dass es eine Versicherung ist. Das ist keine richtige Versicherung, weil normalerweise kann man nicht... Achso. Also keine richtige Versicherung. Ich meine, ja, es ist keine Autoversicherung, keine Hausversicherung. Aber ich denke, Sie nehmen das nicht so ganz ernst. Jetzt ist das Schwingel. Warum? Ja, weil... Sie fragen mich, warum? Habe ich Ihnen gesagt, die Finanzberater kann nicht bei Ihnen nach Hause kommen. Sie haben so angefangen, dass mit Kaffee und Kuchen das, was wir anbieten, ist alles telefonisch. Sie kriegen einen Account bei uns, auf unserer Plattform. Wie können Sie jeden Tag den Account nachschauen und die Balance hören, ob alles gut läuft und so weiter und so fort. Das ist, was wir anbieten. Wie klingt das für Sie? Ja, weiß ich nicht. Kann man ja mal probieren. Okay. Ja, wie gesagt, die Testphase ist sozusagen risikolos. Sie können die Roboter ausprobieren, wenn sie nicht zufrieden sind. Nach einer Woche das Geld auszahlen lassen. Aber es gibt auch das... Wie bitte? Erstmal ein Demokonto. Demokonto? Wir bieten kein Demokonto bei uns. Warum nicht? Weil Sie wissen, dass so eine Software kostet auch Geld. Das für die Demokonto... Sie können selber handeln, wenn Sie so ein Demokonto möchten, aber nicht mit dem Roboter. Ach so. Aber beim Selberhandeln ist der Risiko zu hoch. Normalerweise... Ja, gar nicht, ob der Roboter funktioniert. Ja, deshalb bieten wir die Testphase. Wie gesagt, eine Woche lang mit 250 Euro. Und was mache ich, wenn Sie das Geld nicht ausbezahlen? Was heißt nicht ausbezahlt? Naja, für den Fall, dass Sie das Geld nicht ausbezahlen. Was mache ich denn dann? Warum sollen wir das Geld nicht auszahlen lassen? Ja, es gibt ja so viele Leute, die das Geld dann nicht wiedergeben. Wo? Wo haben Sie das gemacht überhaupt, dass die Leute das nicht auszahlen lassen? Das ist schlecht. Ich nicht. Also was gibt es ja. Naja, wir sind verantwortlich nur für unsere Plattform. Ich weiß nicht, was anders ist. Im Internet gibt es so viele Sachen. Das wissen Sie doch selber. Ich weiß. Sie haben mich aber, ich glaube, irgendwo auch woanders gemeldet. Ja, genau. Ich habe mich überall mal angemeldet, um mal zu gucken. Aber haben Sie Geld dann bezahlt? Oder haben Sie nur einfach so mit Demokonto gemacht? Mit Demokonto. Ach so. Ja, dann von, wo wissen Sie, die zahlen kein Geld aus? Ja, genau. Das ist ja richtig. Bei einem Demokonto wird erstmal nicht ausgezahlt. Mit einem echten Konto weiblich aber auch nicht, ob da ausgezahlt wird. Normalerweise, wenn Sie einen, wie gesagt, Sie bekommen einen Erkrank, wir sind eine ganz normale Handelsperson. Ja. Wir handeln meistens mit der Krypto. Ich weiß nicht, ob Sie über Krypto was wissen. Aber der Krypto-Markt ist zurzeit sehr lukrativ und davon kann man echt gut profitieren. Ach so. Mit der Handelsroboter, ja. Wie gesagt, eine Woche lang, glaube ich, ist nicht viel Zeit, die Roboter auszuprobieren. Ja. Wenn Sie möchten, kann man auch kurz machen. Sie können auch die 24 Stunden, das machen, das müssen Sie selber entscheiden. Und auch später, wenn Sie das Geld auszahlen möchten, können Sie das machen und das Konto schließen. Das ist überhaupt kein Thema. Und wie funktioniert der Roboter? Der Wacker ist, wie funktioniert. Na, wie der funktioniert, wie macht er das? Er nutzt die künstliche Intelligenz auf der Markt zu handeln und er sammelt, was im Internet steht, die ganze Info über das Krypto-Markt. Welche künstliche Intelligenz nutzen Sie denn dafür? Wie bitte? Na, welche künstliche Intelligenz nutzen Sie denn dafür? Was heißt welche? Das ist ein Programm. Ja. Wie heißt das? Ein Programmier. Was meinen Sie mit wie heißt? Na, die künstliche Intelligenz, wie heißt die? Es gibt keinen Namen für die künstliche Intelligenz. Das ist... Jedes Programm haben... Das... Ich verstehe nicht, was Sie meinen, echt. Na, normalerweise hat doch jedes Programm einen Namen. Bei uns... Bei uns heißt das der Handelsroboter. Wir haben keine... Keine Namen für die Programme. Ach so. Das ist, was wir anbieten. Genau. Es ist keine Serie wie beim iPhone oder sowas. Oder Alexa. Es gibt sowas bei uns nicht. Hm. Ja. Sind Sie gleich von mir im Computer? Nee. Okay. Habe ich gesagt, ich habe ja schon eine E-Mail gesendet. Ach so. Mhm. Und wie geht es jetzt weiter? Das muss man da jetzt... Da müssen Sie die E-Mail-Adresse aufmachen. Mein E-Mail meine ich. Und da steht die Aktivierungslink. Wenn Sie da drauf drücken, da kommt ein neues Fenster und da müssen Sie das... Geht das auch ohne die Aktivierungslink? Wie bitte? Ob das auch ohne den Aktivierungslink geht? Für die erste Zahlung nichts. Die erste Zahlung ist immer mit einem Heißlink. So. Und wie macht man die Bezahlung? Da müssen Sie meine E-Mail aufmachen. Da kann ich Ihnen weiterhelfen und assistieren. Ach so. Aber an eine E-Mail komme ich gerade nicht ran. Dann... Weil normalerweise, wenn Sie meine E-Mail aufmachen, da steht... Das ist ein Heißlink. Da muss man da drauf drücken. Und einfach die Schritte folgen. Das ist alles. Ja. Wie überall, ganz einfacher gemacht für die Kunden. Dann müssen Sie eine neue E-Mail machen. Weil sonst können wir Ihnen das nicht... Ich habe ja schon eine, aber da muss ich ja jetzt auf die Freischaltung warten. Freischaltung für wer für die E-Mail? Ja, weil da habe ich was gesperrt. Das ist ja was Neues. Da können Sie ganz einfach ein neues E-Mail machen. Dann habe ich ja zwei. Ich brauche ja bloß eine. Dann müssen wir warten, bis die E-Mail-Adresse aktiviert ist. Ach so. So kann ich Ihnen weiterhelfen. Ja. Aber warum auch die E-Mail? Das verstehe ich nicht. Weil E-Mail ist ja kein Pflichtprogramm. Manche Leute haben ja gar keine. Ja, dann... Was macht man denn da nicht? Dann können Sie die Account nicht aktivieren. Ganz einfacher. Als unsere Firmenpolitik hätte ich den Schwengel. Wie gesagt, wenn Sie auf den Kryptomachhandel möchten, dann ist das der richtige Weg. Sonst können Sie beim Sparkasse einfach Geld anlegen. Ja, das habe ich ja auch. Das ist doch wunderbar. Und was kriegen Sie jährlich? Wissen wir mal, unterstelle ich mal so eine Million, mal zwei. Habe ich verstanden. Okay, dann wenn die E-Mail-Adresse aktiviert ist, Sie können mir gerne zurückschreiben. Bis dahin kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. Tut mir leid. Wie heißen Sie da in der E-Mail? Lukas Fischer. Lukas Fischer. Okay, dann muss ich mir das merken. Und wann melden Sie sich da jetzt nochmal? Sie müssen mir zuerst ein E-Mail schreiben. Sonst, ich will Sie Sie nicht stören. Ja, aber wenn ich das jetzt nicht finde, was mache ich denn? Dann können wir nicht die Account aktivieren. Ganz einfacher. Ach so. Das ist aber schade. Wie gesagt, das ist unsere Femenpolitik. Können Sie da mal einen fragen? Wofür? Na, ob man das nicht irgendwie umgehen können? Nein. Geht nicht anders. Na, aber man kann es doch mal probieren. Was heißt probieren? Ich kenne die Femenpolitik. Das ist ja nicht so schlimm, aber man kann ja trotzdem mal fragen. Vielleicht sind die ja nicht. Ja, kann sein, aber das können Sie mir gerne ein E-Mail schreiben und dann... Na, aber fragen Sie mal da einen, ob das jetzt doch erstmal ohne E-Mail geht. Die können wir ja dann nachtragen. Danach geht nicht. Na, fragen Sie mal. Du kannst es doch mal probieren. Dann frage ich. Frage ich bitte dir. Ja, fragen Sie mal. Die Entscheidung, bleiben Sie am Telefon bitte. Ja. So, Herr Titzeschwengel, sind Sie mal noch da? Ja. Wie gesagt, ich habe genau das gleiche Antwort bekommen. Warum? Was hat er denn gesagt? Geht nur... Bei uns können die Leute nur mit E-Mail-Adresse-Account bestätigen, sonst geht das nicht. Und warum? Aus welchem Grund? Ja, der Grund, dass wir wollen 2023, nicht in 2040. Ja, aber ich brauche ja keine E-Mail-Adresse zum Überleben sonst. Sonst ist ja nur bei Ihnen so. Kann sein. Kann sein. Aber alle Leute, die im Internet was machen, die haben eine E-Mail-Adresse und die brauchen das. Sonst geht nicht anders. Ja, aber sonst brauche ich die ja auch nicht. Und jetzt geht es ja halt gerade nicht. Das ist ja ganz schön ungerecht. Haben Sie so Facebook oder Instagram? Dann können wir auch Ihnen kontaktieren. Was? Ob Sie Facebook oder Instagram haben? Nee, von sowas halte ich mich fern. Interessant. Wie alt sind Sie? Ich bin 29. Normalerweise alle jungen Leute haben irgendwelche sozialen Netzwerke. Ja, aber ich will sowas nicht, weil da sind nur böse Menschen unterwegs. Verstehe ich. Dann tut mir der Hetzte schwingen. Kann ich hier nicht weiterhelfen. Schade. Und wir machen was jetzt weiter? Ja, Sie werden auch ein paar Anrufe bekommen. Warum? Weil Sie den Account schließen. Dann muss man das bestätigen. Aber das mal die andere Abteilung nicht ist. Ach so, ist ja schade. Aber ich will ja den Account nicht schließen. Tut mir leid. Aber wenn da jetzt nochmal einer anruft zum Schließen und ich sage, ich will das nicht schließen, was ist dann? Ja, wenn Sie sieben Tage nicht die E-Mail-Adresse... Vielen Dank, dass du bei unserem Hörspiel-Kakerlaken-Party mit dabei warst. Wenn du magst, siehst du jetzt hier noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl an vielen weiteren Videos auf dem Kanal. Schau auch hier gerne mal vorbei. Im Übrigen gibt es die Hörspiel-Telefonate auch in einzelnen, längeren Versionen von Montag bis Freitag auf dem Kanal. Schau auch hier gerne mal rein. Ein Daumen nach oben ist sowieso immer super und das Abo darf natürlich auch nicht fehlen. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.